Tor für Schalke. Ja, wie ging der denn rein? Schalke schlägt ebenfalls nach einer Ecke direkt zurück. Pavlenka sieht unglücklich aus. SANE will klären und tritt Veljkovic gegen den Kopf. Von da prallt der Ball ins eigene Netz. Milo Veljkovic, serbisch-kürilisch, Stern 26. September 1995 in Basel, ist ein serbisch-schweizer Fußballspieler. Er ist gelernter Innenverteidiger, wird allerdings auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Seit 2016 steht er bei Werder Bremen unter Vertrag.